Herzlich Willkommen auf meinem Kanal. Ein kleines Lehnvlog, Lehntiervlog oder L-Log, keine Ahnung, wie ich das nennen soll, das Format. Heute mal von meinem Schreibtischplatz aus im Hintergrund. Ah, wo ist Männchen? Wo Männchen? Mein Schreibtisch, beziehungsweise auch mein Pity, der gar nicht abqualend, nö, 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 nein, 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 überhaupt nicht verwackelt. Ich versuche mal ein bisschen, no, no, okay, das klappt nicht ganz. So ist Lehntiers Welt, Lehntiers Welt ist sehr klein und hat einen wunderschönen Ausblick. Hier so, da so und so. Ja, Content, qualitativ, nicht quantitativ. Genauso ist mein Kanal, merkwürdig. Wobei YouTube echt nur Hobby ist. dementsprechend nicht zu hohe Erwartungen haben. Nur Spaß, nur Spaß ist auf die... Spaß. Jay, Vivi und Sam. Beim Jay ist auch sehr viel Dino-Content. Bei Vivi sollte... Vivi, hörst du das? Ich freue mich schon sehr auf ihre Videos. Auch sie steht, genau wie ich, total am Anfang. Wir haben schon Trilliarden Videos, aber wir sind halt wir. Nur wir sein. Nicht nur vom PC... PC-Hocken? Macht, was ihr wollt, guckt meinen Channel, lasst es bleiben. Das ist keine besonders gute Werbung. Wir sehen uns bei Let's Plays. Haut raus, ciao! Aus machen wäre toll.